Hi zu Sticks Critics, ich bin Jess Sticks und heute geht es um Wellmix Energy Drink. Wellmix stellt speziell und ausschließlich für Rossmann her und außer diesem ganz normalen Energy Drink hier gibt es keinen weiteren Ableger zu diesem Zeitpunkt. Der Name Wellmix, zu deutsch gut misch, ist weniger der Name des Energiegetränks im Einzelnen als eine ganze Produktkategorie. Allerdings sind das keine Softdrinks, sondern eher so Sportdrinks und Fitnessriegel. Und in diese Kategorie passt der Name auch besser als zu Energydrinks, finde ich. Die Dose ist schwarz und darauf ein rotes, sehr dunkelrotes X, das sich so wie so eine Flüssigkeit verhält. Das wäre echt ein schickes Design, wenn da nicht diese rot-weiße Zusatzaufschrift wäre. Das sieht alles so naja aus. Inhaltlich ist alles so richtig ganz vollkommen geradezu langweilig normal, aber knapp weniger Koffein als maximal erlaubt. 30 Milligramm pro 100. Ich erwarte einen ziemlich süßlichen Standard-Normal-Energy-Drink. Red Bull-Klon sagt man ja auch. Und so riecht es auch. Das Süßli hier kommt noch nicht zu doll durch. Hier kommt auch eine gewisse Säure mit, aber es riecht nach einem ganz normalen Energydrink. Die Farbe ist die ganz gewöhnliche Energydrink-Farbe. Weder besonders leuchtend, noch besonders blass. Ich trinke diesen Well-Mix-Energy-Drink auf die gesunde Menge Ausgleichssport, der leider nicht unbedingt zu meinen Hobbys gehört. Hey, der schmeckt gut. Der schmeckt ziemlich süß. Gute Portion fruchtig. Nicht eine spezielle Fruchtrichtung. Und wenn, dann Himbeere-Beerig-Beerig-Himbeere nicht so fest, aber schon eine süße Beerenrichtung. Aber nicht als Hauptgeschmack, nicht saftartig, sondern im Beigeschmack. Hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Bullet, finde ich. Und damit insgesamt auch eine gewisse Ähnlichkeit zum Standard-Red Bull. Eher süß. Mittlere Säure bis niedrige Säure. Normal ansonsten. Diese 250ml-Dose gibt's manchmal schon ab 50 Cent, meist aber eher 10-20 Cent mehr. Das Fazit. Der Name Well-Mix ist akzeptabel, aber mehr auch nicht. Das Design wäre super in der oberen Hälfte, wenn die untere Hälfte nicht wäre. Dann haben wir noch die Inhaltsstoffe. Nichts dran auszusetzen. Und der Geschmack hat mich ziemlich überzeugt. Relativ süß. Leichter Beeren-Geschmack. Fruchtig. Wenig bis mittlere Säure. Angenehm. Ich kaufe das wieder für die wenigen Cent, die es kostet. Besser als so manche Marke. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es billig ist und ein Standard-Energy-Drink ist. Da finde ich es schon gut. Bleibt nur noch zu sagen, tschüss und trink nicht zu viel von dem Gift. Energie-Drink ist kein Sportlergetränk. Schon Red Bull und andere wollen uns das glauben machen, aber faktisch sind Energy-Drinks in Verbindung mit Sport eher gefährlich als Leistungssteiger. Musste mal gesagt werden. Besonders, weil Well-Mix ja eigentlich als Zielgruppe Sportler hat. Ein weiterer günstiger Energy-Drink gefällig? Wie wäre es mit dem T400 Energy? Oder der Energy-Drink mit dem faulen Namen Energy-Drink? Klicken, 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 klicken.